Was ist mit dir? Ja, meinet du! Was habt ihr für dich erwähnt? Die Frau hat das Ding! Na, aber nachher müssen wir sich anschauen den Giorgio Rocco bewuschen, der ist so berggefahren halt du! Der ist so drauf, der Hund! Der ist auf den Kanten gefahren, du! Der ist auf den Kanten gefahren, du! Der bin nicht recht auf, der ist so gefahren aber das soll man schon nachher alles gemeinsam machen. Regie, Regie! Ja, Regie! Ja, Regie! Stopp! Stopp! Ja, da ist super, ja! Schaut euch einmal, bitte, schaut euch einmal dem Bildschirm an, wenn ich reich, du! Der ist auf den Kanten, du! Der Hund, der Vater, das ist so berg! Der ist so drauf, der Hund! Schaut euch einmal, bitte, schaut euch einmal den Innerschirm an! Ja, krassig wie der Vater! Der Hund, du! Das ist so berg! Ja, ja, Schiri! Stopp! Jetzt schauen wir sich einmal den Manni Pranger an! Ja, der Manni Pranger! Ich sag euch was, der ist ja ein schrackiger Hund! Der hat so... Stopp! Schiri! Jetzt hat's schon wieder zu weit gefahren, du! Jetzt hat's ein Stücker zurück! Jetzt stopp einmal da! Stopp! Ja, jetzt bitte, schaut sich einmal den Manni Pranger raus an! Ja, später! Jetzt ist der Diego, mein Gott! Nein, der ist ja ein Stücker! Ja, so sieht der Worte, oder was? Ja, das ist ja ein Stücker! Ja, das ist ja ein Stücker! Ja, das ist ja ein Stücker! So eine Spitze ist, du ja! Ja, das ist ja ein Stücker aufgelenkt! Ja, das ist ja ein Stücker aufgelenkt! Weg!